Im Oktober 2020 haben die Köpfungen des Geschichtslehrers Samuel Paty in Paris und einer 70-jährigen Christin in der Kirche Notre-Dame in Nizza durch Moslems die ganze Welt schockiert. Erschreckend ist auch der Zuspruch, der von nicht wenigen Moslems weltweit für diese Köpfungen wegen angeblicher Beleidigung des Propheten kommt. Auch in Frankreich und Deutschland. Sogar Kinder drohen schon mit dem Köpfen, wie der Tagesspiegel am 10. November 2020 berichtete. In Berlin hat ein elfjähriger Schüler seiner Lehrerin die Köpfung wie bei Samuel Paty angekündigt. Nur weil sie sagte, dass alle Eltern zu den Elterngesprächen kommen müssten, sonst würde es Konsequenzen geben. Die Antwort des Elfjährigen, wenn das passiert, weil meine Eltern nicht gekommen sind, dann mache ich mit dir das gleiche wie der Junge mit dem Lehrer in Paris. Eine Woche zuvor hatte der junge Schüler direkt nach der Schweigeminute für den enthaupteten Lehrer Partie vor der versammelten Klasse erklärt, man darf jemanden töten, der den Propheten beleidigt hat. Das ist in Ordnung. Nicht wenige Kinder werden im Islam offensichtlich so erzogen. Vor einer Schule in Islamabad in Pakistan wurde Schülerinnen das Köpfen von Menschen mit dem Säbel vorgeführt. Etwa 150 junge Musliminnen riefen auf die Frage, welche Strafe für das Beleidigen des Propheten Mohammed folgen solle, aus Leibeskräften köpfen. Die Franzosen würden nun ihre Strafe für das Zeigen der Mohammed Karikaturen bekommen. Alle, die den Propheten zeichnen, werde man zu Staub zermalmen. Das verstörende Video twitterte die Organisation Ex-Moslems in Nordamerika am 1. November 2020. Selbst in Deutschland werden Kinder mit diesem barbarischen Gedankengut indoktriniert. Der Ex-Moslem Barino Basum berichtete bereits am 18. September 2012 in einer ZDF-Sendung Ungeheuerliches. So habe ihm ein 13-jähriger Junge in einer Moschee erzählt, dass ein Imam aus Bonn ihm und weiteren Kindern bei einem Vortrag die Anweisung gab, besorgt euch kleine Küken und hackt ihnen die Köpfe ab, denn es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr so den Juden die Köpfe abschlagen. Vom Koran gedeckt. In Surah 47 Vers 4 steht, und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Und in Surah 8 Vers 12. Als dein Herr den Engeln offenbarte, ich bin mit euch, festigt drum die Gläubigen. Wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab. Der palästinensische Islamwissenschaftler Sheikh Issam Amira sagte Ende Oktober 2020 während seines wöchentlichen Unterrichts in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, der drittwichtigsten Moschee des Islams. Es ist eine große Ehre für die tschetschenische Jugend, den französisch Lehrer Samuel Paty zu enthaupten, und es ist auch eine große Ehre für alle Moslems. Im Weiteren bestätigte er, dass im Islam die Terrorisierung von Feinden erlaubt sei. Der Vortrag wurde am 29. Oktober 2020 auf dem YouTube-Kanal von Al-Aqsa-Call veröffentlicht. In Frankreich gab es schon vor dem Horror Oktober 2020 zwei Köpfungen. Am 26. Juli 2016 wurde der 85-jährige Priester Jacques Hamel von zwei algerischstämmigen Moslems vor dem Altar seiner Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray in der Normandie enthauptet. Einen anderen Christen verletzten die Moslems durch Messerschnitte am Hals schwer, er schwebte lange in Lebensgefahr und überlebte nur mit viel Glück. Am 27. Juni 2015 überfielen zwei muslimische Attentäter eine Gasfabrik im Industriegebiet von Saint-Quentin-Falafier bei Lyon. Die Fabrik gehört dem US-Konzern Air Products, deren Chef Saifi Ghassemi stammt aus dem Iran. Das schiitisch geprägte Land ist ein Gegner des sunnitischen islamischen Staates. Ein Attentäter fuhr mit einem Lieferwagen gegen auf dem Gelände gelagerte Gasflaschen, was eine große Explosion auslöste. Dabei rief er Allah-u-Akbar. Der andere Attentäter köpfte den Chef einer Transportfirma, der gerade eine Lieferung brachte, und spießte den Kopf an den Gitterzaun der Fabrik auf. Dann beschmierte er ihn mit arabischen Inschriften. Daneben hängte er zwei schwarze Dschihad-Flaggen, auf denen religiöse Bekenntnisse ebenfalls in arabischer Schrift standen. Im Artikel der Welt dazu heißt es, Filme und Fotos auf sozialen Netzwerken zeigen immer wieder die Köpfe von Enthaupteten, die Kriegstrophäen auf Fählen aufgespießt oder an Klinken von Hauseingängen befestigt. Das Köpfen hat im politischen Islam seit seiner Begründung vor 1400 Jahren ein durchgehendes System und wurde von seinem Stifter, dem Propheten Mohammed, auch so vorgelebt. Am 4. September 624 ließ Mohammed den Dichter Kaab ibn al-Ashraf, einen der Anführer des jüdischen Stammes Banu an Nadir, hinrichten. Dieser war sein Widersacher und verfasste Schmähgedichte über ihn und seine neue Gemeinde. Der Prophet soll seinen Anhängern befohlen haben, wer erlöst mich von Kaab ibn al-Ashraf, denn er hat Allah und seinen Propheten gekränkt. Mohammeds Getreue folgten seinem Ruf, töteten den Dichter, trugen seinen abgetrennten Kopf zu Mohammed und riefen dabei, Allah-u-Akbar. Mohammed unterbrach sein rituelles Nachtgebet und rief ebenfalls, Allah-u-Akbar. Dieser Meuchelmord gilt für konservative islamische Theologen als Vorbild für die Ermordung der Kritiker und der Beleidiger des Propheten. Ibn Ischak, der bekannteste Biograf Mohammeds, hat eine ausführliche Beschreibung der Massenköpfung des jüdischen Stammes der Banu Kureysa überliefert. Schließlich mussten sich die Kureyser ergeben und der Prophet ließ sie im Gehöft einsperren. So dann begab er sich zum Markt von Medina und befahl, einige Gräben auszuheben. Als dies geschehen war, wurden die Kureyser geholt und Gruppe um Gruppe in den Gräben enthauptet. Insgesamt waren es sechs oder siebenhundert Männer. Einige behaupten sogar, es seien zwischen acht und neunhundert gewesen. Diese von Mohammed befohlenen Massenenthauptungen der Banu Kureyser fanden im Jahre 627 in Yadrib statt, jenem Dorf, das später Medina genannt wurde. Medinat al-Nabi bedeutet Stadt des Propheten. Mohammed wohnte dem Massaker übrigens bis zum Ende bei. Fundamentale Moslems, auch die ganz Radikalen, die Terroristen und die Kopfabschneider wollen sich möglichst genau am authentischen Leben Mohammeds, aufgezeichnet von Ibn Ishaq, orientieren. In der 1400-jährigen kriegerischen Eroberungsgeschichte des politischen Islams wurden häufig Massenköpfungen durchgeführt. Der Cicero berichtet in seinem Artikel, Kopfab im Namen Allahs, dass im maurischen Spanien die abgeschlagenen Köpfe von Christen zu sogenannten Schädelminaretten aufgestapelt worden seien. Nach der Schlacht auf dem Amselfeld hätten die osmanischen Henker vor dem Hintergrund der vielen tausend christlichen Gefangenen den türkischen Sultan gebeten, die aufwendige Methode des Enthauptens doch durch die Kraft sparendere des Kehledurchschneidens ersetzen zu dürfen. Barbour, im 16. Jahrhundert der Gründer des Reiches der muslimischen Großmogulen auf dem Gebiet des heutigen Indien, habe in seiner Autobiografie Barbour Nama über den Krieg gegen Ungläubige berichtet. Jene, die überlebt haben, wurden geköpft. Und dann ließ ich einen Turm mit ihren Schädeln in meinem Lager errichten. Die Radikal-Moslems vom islamischen Staat zelebrierten das Köpfen wie einen Gottesdienst. In aufwendig produzierten Videos, mit religiösem Sing-Sang unterlegt, ist das Köpfen hunderter Nicht-Moslems dokumentiert. Und das Köpfen geht ständig weiter. Der Spiegel meldet ganz aktuell am 9. November 2020, dass im Norden Mosambiks radikale Moslems, die dem islamischen Staat nahestehen sollen, 50 Menschen geköpft haben. Die Opfer seien hierzu auf einen Fußballplatz getrieben worden. In den letzten drei Jahren wurden laut BBC in Mosambik über 2000 Menschen getötet. Wenn das Köpfen, das Töten, der Terror und die Gewalt aufhören sollen, ist es unerlässlich, dass die diesbezüglichen Koranbefehle für ungültig erklärt werden. Das kriegerische Vorleben des Propheten Mohammed als nicht mehr für alle Moslems vorbildlich bezeichnet wird und der politische Islam mitsamt seines weltlichen, alleinigen Machtanspruchs sowie dessen gewalttätiger Durchsetzung verboten wird.